Ich wollte jetzt aber auch nicht ewig da im Gebäude rumrennen. Wir müssen hier irgendwie schon mal vorankommen, ne? Das können wir nicht, wenn wir eine ganze Zeit mit einem Whitechampel Resort uns langweilen, gemütlich machen, keine Ahnung, rumschillen oder so ein Kram halt, ne? Deswegen schaue ich mal, was wir vorankommen. Wenn denn der Ladebildschirm es zulässt, dann muss man dazu sagen, ne? Ich bin ja nicht alleine, entscheide gerade. Ach ja, so. Genau, dann müssen wir noch gucken, dass wir die Ghouls kriegen, weil scheinbar waren da keine mehr. Es wird der andere, der da mit rumgerannt ist und den Div-Clauder. Ich hätte gedacht, dass ich für die Roboter einmal teilsbar sein würde. Wir sind klargekommen. Ich wurde sogar zum Manager ernannt. Kannst du das glauben? Aber wir müssen hier weg. Paula und ich brechen in der Dämmerung nach Charleston auf. Ich habe dich und die Mädchen so verliebt. Ich vermisse euch so sehr. Kümmere dich für mich um sie, in Ordnung. Ich liebe euch. Bis in alle Ewigkeit. Was? Was ist denn? Bin ich, dass sie jetzt so leuchtet? Hallo? Ah, ich wollte noch mal gucken. Ist das was? Ich habe irgendeine Mutation hier gerade wieder. Oder ist sie schon weg? Nee, ist schon weg anscheinend. Okay. Ich werde aber geschossen wie sonst sowas gerade. Gefällt mir gar nicht. So, wir müssen in die Richtung. Was schießen die denn da? Hm, da oben ist einer auf jeden Fall. Aber einer unserer Leute. Von daher lasse ich den mal da machen. Alter, wie viele verbrannte Ghoul-Mega-Übel-Type. Oh Gott. Schnell weg hier. Alter, wieso läuft das so schnell wie ich? Will der mich schatzen? Entschuldigung. Au. Ich will hier weg. Ganz schnell. Tür zu, Tür zu, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Du kannst sie nicht öffnen. Oh, da kann sie öffnen. Verdammt. Wieso kam ich auf die doofen Idee, durch die Tür zu gehen? Nein, nein, nein. Nein, nein. Das war jetzt, äh, ja. Ah, komm, die zwei gucken, was sie mir jetzt. Oder kann ich nicht direkt? Nee, da kann ich nicht. Okay, dann hier hin. Ja. Oh Gott. Wo kamen die auf einmal her? Ich hab den einen noch gesehen auf einmal. Waren da so viele, weil ich wegrennen wollte. Und dann waren die alle da. Und... Oh Mann. Ich bin echt schwach für diesen Golfplatz. Man kriegt doch kösttechnisch da... Jetzt weiß ich nicht, warum der Ende da so stark ist, der da ist. Weil er das alles andere gemacht hat. Und ich dachte, dann gehe ich erst da hin. Vielleicht würde ich mir mal sowas wie ein Levelguide anschauen oder sowas. Und erst mal, äh... Ich weiß jetzt nicht, ob der friedlich ist. Ich kriege aber auch... Adlerungen. Wie eine Stärke. Kritische Schadenwahrnehmung. Okay. Ähm. Wie viel bringt mir das? Ich muss mal kurz abwarten, wie viel das bringt. Auf jeden Fall nicht genug. Ähm. Okay. Ach, meine Mutter ist schon wieder verloren. Schade. Die war gut. Und den Stimpack, damit ich geil bin. So. Huch. Ich wollte gar nicht schießen. Oh, das war die Stelle, wo die Deathclaw kam, ne? Oh, wie, die kommt jetzt nochmal. Okay. Ich dachte, da wäre was. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Gott. Oh, Gott. Lass mich. Au. Schön, dass er noch da mit drauf ballert, ey. Okay. Puh. Ah. Damit sogar Stufe 16 erreicht. Sehr schön. Alter Schwede. Was geht hier ab? An Gegner. Ja, das ist unglaublich. Schlimm ist, es sieht gar nicht mal die Ghouls, die ich töten soll. Warum habe ich eigentlich... Ey, ich soll nur noch ein Holoband finden. Was sind denn die anderen Sachen? Hm. Ich bin hier drin gestorben, ne? Kann das sein? War das nicht hier? Vorne? Ah, da ist es doch. Oh, da drin kriechen und fleuchen sie noch rum, ey. Okay. Oh, 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 oh. Hallo, mach bumm. Wo ist es fielen? Ah! Wieso ist er für immer hinter mir? Wie kann der nur? Verdammt. Da ist der Feuerwehrwachen-Typ. Ich hoffe, der hilft mir ein bisschen. So. Sorry. Sorry. Oh, ach, jetzt kommt er nicht von allen Seiten wieder. Mist. Ich bin am... ...sterben. Stimpeg, schnell! Äh, d-d-d-d-d-d-d-d-d. Bleib mir fern jetzt. Okay. So. Jetzt ist das Auto... Den Ghul! Ziele mal jetzt. Ne, 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 du brauchst jetzt gar nicht auf mich zukommen, ey. Alter Schwede. Das ist hier aber, ey. Wenn ich mir lege, ich muss jetzt dann noch... ...das Ding da oben sammeln. Und sonst was, ich will das hier noch machen danach. Vielleicht kommt dann nachher noch eine Quest. Alter Schwede. Hab ich hier keine Lust mehr drauf? Also auf die Gegend jetzt hier. Nicht generell und so. Ähm. Nehmen wir gleich einen ganzen... ...oder der hier. Ach, das ist ein Stimpeg. So. Eine Anmerkung zur faszinierenden... ...beschaffenheit des neuen Spring Hill Golfplatzes. Er verfügt über sieben Löcher. Sieben. Welch ungewöhnliche Zahl. Neun, könnte ich noch verstehen. Oder vielleicht sechs, wenn man dreimal spielt. Aber sieben? Die meisten Golfbahnen weisen einen gewissen Variantenreichtum auf. Ihnen scheint das dritte Loch gefallen zu haben, weil es sich ständig wiederholt. Oder nehmen Sie die Fahrwege. Für gewöhnlich schenkt man Ihnen kaum Beachtung. Während meiner fünf Kilometer langen Fahrt vom fünften zum sechsten Loch bot sich mir jedoch reichlich Gelegenheit, über sie nachzudenken. Und dann die sieben. Ah, Nummer sieben. Welch abhangen. Er würde sich wunderbar als Schieffinste eignen. Über eine Distanz von 365 Metern einzupassen, war auch eine völlig neue Erfahrung. Zugegeben, als ich hörte, dass sie ihren Golfplatz zugunsten von Reihensiedlungen in einzelne Bereiche zerstückeln würden, war ich über Auswirkungen auf die Platzqualität besorgt. Aber wie sich herausstellt, habe ich das Ausmaß ihrer Ambitionen maßlos unterschätzt. Mit freundlichen Grüßen, Henrietta Winchester. Die Guts sind ja auch viel zu stark für mich. Okay, der geht wieder, ne? Ich muss ja weiß, was ich jetzt damit wieder anlocke hier. Den zum Beispiel. Wobei der jetzt, wenn der sich angelockt fühlt, als abhaut. Wieso stelle ich mich heute so dusselig an? Oh, da kommt denn noch einer an. Super. Ich hoffe, ich kann da lang unten auch was anzulocken. Warte mal, ich will jetzt mal dich nehmen. Ich schieße hier eh wie wilde. Oh, geht viel besser. Cool. Das ist noch nicht die Guhle, die wir anscheinend brauchen. Ungebärdige, wilde Golfer-Guhle. Ja, wo finde ich die? Irgendwo hier. Ja, super. Ich mag solche Suchen nicht. Das wäre so ein verbrannter, wilder Guhl. Der ist mir über. Nein, der nicht. Ich erinnere mich doch an diesem Haus da so übelst gewütet. Vielleicht sind die da drin. Oder Waren. Oh, ich bin lustig. Verdammt. Schnell, schnell, schnell. Abkochtes Wasser. Nochmal abgekochtes Wasser. Äh, ein bisschen Fleisch und Bohnen. So. Schon besser. Da steht nur noch Fleisch auf. Da steht nicht mehr mehr da, was für einer das war, ne? Dem wollte ich auf jeden Fall nicht begegnen. So viel steht fest. Aber naja, jetzt habe ich ihn an der Backe. Ja, wieso geht es den Tür wieder zu? Ach, Mann. Ach, jetzt kommt da sonst was für fette Viecher auch noch hinterher. Das ist ja euer Ernst wieder. Nö, nö, nö. Nö. Ganz ehrlich, nö. Gibt es da nicht, ey. Der Golfplatz ist ja echt Horror. Ich glaube, die Quiz lassen wir echt wirklich erstmal sein. Kann doch nicht angehen. Dass ich erstmal hier instant weg bin. Nur wenn ich da mal versuche, voran zu kommen, ey. Gut. Dann lassen wir das erstmal. Zwangsweise. Zum Glück habe ich mir so viel über die Waste gekauft, oder was? Was ist das hier? Verdammter Mist. Oh, die stehen da noch. Oh, nö. Geht mal weg. Kusch, kusch. Ey, Stufe 62. Oh, Mann. Glück auf, die gehen jetzt wieder zurück ins Haus, weißt du. Weil so langsam bewegen die sich, aber... So langsam reicht mir nicht. Okay, ganz schnell hin und ganz schnell weg, würde ich sagen. Ja, ist jetzt ganz schnell weg. Nicht stehen bleiben. Wieso rennt er nicht? Wieso? Jetzt weiß ich, wieso ich nicht renne. Jetzt bin ich verkrüppelt. Aber vorher bitte. Ich versuche, auf seine Beine so ein bisschen zu ziehen, damit er verkrüppelt ist, aber irgendwie... Scheint ihn das wenig zu interessieren, was ich da tue. So. Ich will... Ich will... Okay. Okay, sein Einnahmearm ist weg. Okay, er ist ganz weg. Oh Mann, ey. Lass ich jetzt Ammunition hier verschwenden an diesem Golfplatz alleine, ey. Okay. Event Uranrauschen. Nee, danke. Wir machen jetzt einfach andere Story weiter. Nicht mehr das. Achso, die andere Wallstimme, die ich da hinten gefunden hatte. So. Dafür musste ich hier hin. Gut. Bin ich jetzt in die richtige Richtung unterwegs? Ey, dieser Golfplatz. Keine Lust mehr auf Golf, ey. Sie dürfen vielleicht nochmal wiederkommen, wenn ich, keine Ahnung, Heiko höchstpersönlich bin oder so. Ei, der Witzker. Die Stelle kenne ich irgendwo her. War sie echt jetzt hier lang? Ja. Ich hoffe, ich komme da irgendwo raus. Sieht gut aus mit rauskommen. Puh, so. Einmal kurz durchatmen und schauen. Also, geradeaus weiter. Theorie mit den Schienen müsste ich dort dann hinkommen. Okay. Hey, der Witzker, ey. Okay. Okay.